Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fresherspace. Ja, heute wieder mal mit der Ghost, nur dass wir sie diesmal ein bisschen verkleidet haben. Ich finde, so, mit diesem Skin, so hier, komm einmal bitte in die Sonne mit dir, so, hier, tadaaa, so sieht sie aus. Ich finde, so sieht sie doch gleich viel schöner aus, oder? Dieses Schwarz-Blaue hat doch was. Nein, hat's nicht. Ich dachte, das sieht gut aus. So, dann gucken wir mal los, was ich mir überlege. Ach komm, wisst ihr, was wir machen? Wir gucken jetzt mal mit der Ghost direkt einfach mal durch. Komm, ich möchte jetzt wirklich einfach mal die Gegner auf der Nase rumtanzen und wirklich einfach mal da wirklich quer durch. Scheiß drauf, einfach durch, komplett durch. Die sehen mich ja nicht. Also, glaube ich. Aber auch egal. Wir gucken da jetzt einfach durch, hier. Friede, Freude, Eierkuchen, guck mal, da hinten ist ne Destroyer, juckt uns nicht. Da ist ne Sentinel, juckt uns nicht. Wir müssen nur aufpassen, dass die hier nicht irgendwie getroffen werden oder so. Weil das kann sehr problematisch werden, aber wie ihr seht ihr, die ignorieren uns alle. Nicht mal mal ne kleine Endfass, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann knapp werden. Oh Gott, die hat uns beinahe gerammt. Die hat uns beinahe gerammt. Oh, ich dachte schon, äh, die Unsichtbarkeit wäre aufgehoben. Die Unsichtbarkeit ist aufgehoben. Scheiße, die geht doch nicht unendlich lange. Ich dachte, die würde unendlich lange gehen. Ja, 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 ist mir schon klar. Okay, 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 gut. Ruhig, 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 ruhig. Nope, 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 nope. Okay, okay, okay. Verzieh dich. Komm schon. Hier ist nix. Bingo. Er verpisst sich, wir können draufhalten. Der verschwindet jetzt eh gleich. Ciao. Schön, sie kennengelernt zu haben. Komm, komm, noch einmal draufbolzen. Nett. So, dann können wir hier auch ein bisschen capturen. Und weg. Du hast nie was gesehen, Kumpel. Ich find's super. Ich find diese Taktik einfach immer noch so super. Einfach, weil die KI so derbe blöd ist. Also immerhin, sie greift ja nicht die Bruder an. Und jetzt nehmen wir wieder ein. Obwohl, ich sollte eher warten, bis mein, ähm, Teil wieder aufgeladen ist, bevor ich das einnehme. Oh, das sollte ich mir eventuell merken. Ach, egal, uns geht's gut. Komm, dann können wir hier mal... Nein, nein, nein. Nein, du siehst mich nicht. Da hinten. Da. Da bin ich. Nicht ich. Nicht hier. Fuck. Okay, dann müssen wir kämpfen. Okay, das ist verkackt. Scheiße. Oh, fuck. Nein. Ich bin nicht da. Ich sag dir doch, ich bin nicht da. Warum greifst du mich an? Ich hab doch gesagt, ich bin nicht da. Mann. Komm. Utility. Das Ding braucht ja 10 Sekunden zum Nachladen, ne? Meines Bissens, oder? 5 Sekunden, ich weiß es nicht. Irgendwas mit 7,2. Egal. Äh, werden wir gleich mal sehen, ob sich da was verändert hat. Warum haben wir eigentlich zwei Scharfschützen? Wozu braucht man zwei Scharfschützen? Haben wir eine Endforce am Team? Verdammter Hacker, haben wir eine Endforce am Team? Okay, los geht's. Ei. Und. Au. Und unsichtbar. Tada. Werden nie gesehen. Okay, aber ich möchte mich mal kurz verstecken und nachgucken, ob der Counter runtergegangen ist. So. Ich glaube, der ist runtergegangen, oder? Ich bin mir grad nicht sicher. Ist der runtergegangen? Ich weiß, da ist ein Schiff, da ist auch ein Schiff. Irgendwo da hinten dümpelt auch noch ein Schiff rum. Okay, wir sind eine Ghost, wir sind ein Geist. Ich bin ein Schiff, da ist ein Schiff. Ich bin ein Schiff. Wir sind ein Schiff. Oh, wir müssen weg. Das wird zu viel Rambazamba. Vor allem, das Teil hält auch nicht ewig. Hi. So, komm, wir verschwinden mal. So, tada, wir sind weg. Ciao, ihr Pisser. Ich bin ein Geist. Ich liebe dieses Schiff. Ich liebe dieses Schiff einfach. Ich finde es super. Okay, sind sie alle weg? Ne, sind sie nicht. Aber jetzt. Jetzt können wir und ihre gute alte Taktik wieder ausfahren. So. Warten wir einfach, bis das Ding sich wieder ein bisschen auflädt und dann gehen wir wieder Ketchan. So. So, ich habe hier irgendwie Lust auf Ketchan. Gott, ich soll diese Scheiße zu lassen. Ernsthaft. So, rein da. Und jetzt einfach einnehmen und beten, dass kein Gegner auf uns aufmerksam wird. So, einfach die ganze Zeit da hinstellen. Rausgehen, 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 rausgehen. So. Teil setzen. Fertig. Nein, verschwindet doch. Hier ist keiner. Kuscht euch. Husch, husch. Oh, fuck. Oh, fuck. Jetzt, wo ich weiß, dass das Ding sich auflöst, habe ich umso mehr Angst. Bitte verzieh dich. Bitte. Hier ist niemand. Warum bleibst du? Achso, der hat sich repariert. Verschwinde. Sofort. Geh. Danke. Glück gehabt. Gott, war das knapp. Jetzt nehmen wir wieder ein. Ey, einfach mal stehen hier. Gott. Nein, hier, komm. Hier, so. Nein. Unsere Base ist auch noch unter Attacke. Toll. Oh, ich dachte schon, das wäre ein Gegner. Meine Güte, das Teil ist schon kaputt. Ich bin schon fertig. Beschäftige du dich mit dem. Ich komme dir dann eventuell helfen. Oder auch nicht. Fuck. Das bin ich. Nope. Rauf, 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 rauf. Wir müssen die Position wechseln. So, ich habe Angst. Och, gut, 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 gut. Verschwindest du bitte? Junge. Was ist dein Problem? Geh. Danke. Danke. Wir wissen, ihre Mitarbeit sehr zu schätzen. So, und einnehmen. So. Jetzt warten wir einfach wieder, bis ein Gegner kommt und dann verschwinden wir wieder. Okay, ich finde das mit der Coast super. Ich liebe dieses Schiff. Da bin ich. Da und nirgendwo anders. Ich habe mich nie gesehen. Tschau. So. Ich finde diese Schiffe super. Okay, ich finde die Ghost. Okay, das ist ein Top-Schiff. Das ist so ein tolles Schiff. Also für den Frontline-Mode ist das halt super. Gegen die KI. Das ist ein Insta-Win. Das ist ohne Scheiß ein Insta-Win. Okay, okay. Bist du jetzt weg? Ja, ja. Jetzt verschwindest du. Okay, okay, gut. Nice. Danke. Jetzt können wir hier wieder eine Ruhe einnehmen. Na? Das ist doch super. Das ist wirklich super. Na, komm, nimm einen. So, jetzt haben wir auch gewonnen. So, jetzt können wir uns entspannt zurücklehnen. Ich muss zugeben, das ist ja fast schon langweilig mit der Ghost in diesem Modus zu spielen. Also nicht, dass ich mich beschweren würde. Nein, nein. Versteht mich da jetzt nicht falsch, ne? So, komm, komm, komm. Hm? Gut. Damit schau bis zur nächsten Folge auf. Wiedersehen.